Wir sind hier im Center Park, Holland, Head Heiderbosch, schöner See hier, schwenken wir mal rüber, Straße zu den Bungalows, da ist Mike. Mike, was machst du da? Mir noch schießt du doch, ich schiebe mal den Einkauf nach Hause, ey. War so eine anstrengende Woche mit dir, ich muss mich jetzt erstmal resetten. Du Vogel!